Hier sollte ich vorsichtig sein. Ich bin ein Wunderschön. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Geh der! Ich wünschte, mein Leben hätte nur aus Eil gelagen und Pissen bestanden. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Ich habe den Orden benutzt, um ein Eil geschwängertes Leben zu führen, aber der Preis dafür war Mord. Wirklich traurig. Wirklich traurig.